Geh, geh, nein, nö Ich kann das für euch fixieren Aber ich, ich bin mir grad nicht sicher Ich hoffe das geht so Erstmal kurz ein Stück Kaffee Uh, nice, okay Mal gucken ob das irgend Oh, das läuft aber sehr flüssig, ey, respect Mal gucken ob das ein eher Kürzeres Video wird oder nicht Sieht aber schon schön aus Oh, das, das ist ja Das ist ja Luxu, also bitte Ich weiß da nicht von wo wir kommen Ich denke mal die Backgroups Ich trau dem Ganzen nicht mehr, wirklich Die Backrooms sind überall Ich trau eben nicht Please stop smoking Please no copyright song Shampoo Okay Ähm Ja, wir sind in einem Shampoo Shampoo Okay Hi Hi dude Was gehen Alles gut Meister Proper Geht's dir gut Weil da brauchst du ein bisschen Persil Brauchst du Persil Für die Glatze No Front Du siehst creepy aus So viele Muskeln hast du gar nicht wie ich dachte Hast du zu viel Steroide genommen? Hast du zu viel Steroide genommen? Du siehst eigentlich Du siehst eigentlich Damp-Poo Incorporated Du siehst einfach den Elevator zurück Gute Glück Ja Du bist gruseliger als jedes Horror Game was ich dazu vor gespielt habe Ohne Scheiß ne Hast du ne Familie? Holy fuck alter Da kann ich auch gar nicht weiter ne Kann ich mit dem nochmal reden? Ne ne Ähm Wollen wir ein bisschen abbanzen? Wollen wir ein bisschen abbanzen? Oh yeah Okay ja gut Lass mal das ganze mal Du abhackst deine Hände hier Hier ist kein Hier fehlt ein Monitor Ne Ist dir das bewusst? Das einzige was du hier stehen hast ist eine Tastatur Man ist ja nicht Ich mein es kann ja professionell aussehen Es wäre professionell wenn hier einfach ein Monitor stehen würde ohne irgendwas anderes Weil dann zieht man nix Ne Okay gut Lassen wir das Dann gehen wir halt zurück Zur Damp-Poo Cooperation Ja was weiß ich alter Ich wollte hier eh nie hin Sind wir alle zu What the fucking hell alter Das hier ist wenigstens ein Stuhl Die Damp-Poo Cooperation Und hier ist auch eine Tastatur Ist halt alle ein bisschen komisch Das sieht Na damn Huh Ja genau Jo Wahrscheinlich ne Es ist 7 Uhr 40 Nein es Es glitscht mir schon zu viel Okay Welcome new hire No more down Press F Okay keine Pause mehr Wir sollen F drücken No Press V Press P Muss ich das jetzt die ganze Zeit machen A F Oh fuck W Hab mich schon verklickt gehabt Läuft ne G S J A P V Ich bin so gut in diesem Spiel Keiner kann mir was anhaben Ich bin einfach Hey Ich wollt Nein Nein Ich wollt weiterspielen Geh Geh Nein Nö Ich kann das für dich Ich bin Karl Der IT-Specialist Willkommen zu Damp-Poo Karl Ich bin Karl Ich bin Karl Ich bin der IT-Specialist Bis zum nächsten Mal Woher kamst du Be- Holy shit alter Okay es geht von vorne los Obwohl gar nicht L J B Okay Um 7.30 Uhr sollen wir Zur Konferenz Aber Wir sind doch um 7.30 Uhr hierher gekommen Du bist spät Ja ich weiß Ich weiß dass ich zu spät bin Ist Karl Was machst du da Hey Hey Okay Oh mein Gott Leute Oh kack nicht so Was hast du gegessen Was machst du bei KFC Brennts Arschloch Sorry Ist ja gut Dachte Arbeit was langweilig Karl ist tot Zu spät an seinem ersten Tag Das bin ich Ich möchte da Nein Nein Ich gehe da ja rein Oh mein Nach der Last Ichato L Stoppt Ja Was das Ich war nur zu spät zu meinem ersten Tag, ey, da muss man mich doch nicht direkt killen Das war nicht schön Ja, also merkt euch, kommt niemals zu spät denkt niemals, dass die Arbeit langweilig ist, verbringt nicht zu lange Zeit im Bad Andere habe ich vergessen, was es war Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen Wenn ihr das gerne nach oben da ein Like und geht jetzt schön arbeiten, wir hören uns bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss